Hallo Leute, also, ich muss es nochmal neu anfangen, das letzte Let's Play, auch hier von Never Death 2, war meine Stimme kaum zu hören, ich habe vergessen, die Lautstärke von dem Spiel selber ein bisschen runter zu stellen und die Musik natürlich auch ein bisschen runter zu stellen. Nun gut, also machen wir das Ganze nochmal neu. So, ich nehme die selben Eigenschaften wie auch beim ersten und dann wollen wir mal starten. Gleich kommt erstmal das Intro, dann werde ich meine Klappe halten. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt genau gut eingestellt habe, ansonsten darf ich das nun wieder einstellen und nochmal neu machen. Doch, habe ich keine Böcke zu, ganz ehrlich nicht. Aber nun gut, ich glaube, jetzt ist es bald fertig, ich halte meine Klappe. So, da sind wir alle auf einem Dach. Zack, 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 zack. Ich bin nicht gewalttätig, aber dumm bin ich auch nicht. Schnappen wir uns Waffen. Und dass ich Zombie-Geschweiz leider kann, losgehen! So. 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 Ich habe gerade installiert das Spiel. Es geht nicht. Wenn ich hier starten will, dann, ähm, ja, sagt er mir, nötig, warte weg. Und ich habe Windows 7. Naja, vielleicht wisst ihr ja, warum das nicht geht. Und könnt ihr mir dann, äh, einen Kommentar schreiben, warum die so halt nicht funktionieren. Ich bin nur noch da ein bisschen fraglos. Deswegen wird dieses Let's Play von West for West 2. Tschüss. Ich bin nur noch da. Das läuft ja gut. Oh, ich habe auch ein Ding. Oh, ich habe auch ein Ding. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, du kannst auch noch da erwischen. Ja. Rüberschnau. Toll, Mann, jetzt spucken die uns noch voll. So, weiter geht's. Ähm, ja, ich werde das so machen, ich werde bis zu einem kaputt ist, also bis zu einem Sicherheitsraum kommen, werde ich dann wirklich einen Break machen, damit die Aufnahme unendlos auf die Plante, so wie in meinem ersten Let's Play, durch die Tür kaputt. Ah, ich hab's vom Dach, hab ich auch nicht verlegen, ich bin mit dem Spolen, aber ich meine, mit dem Spolen haben wir ja so einen unendlichen Spolen, der hat seine Katze verloren. Okay. Grillen, denn immer gut, äh, kann man immer gut gebrauchen. Ähm, ja. Ich hoffe, man hört mich jetzt besser, ich werde nach dem Ziel. Äh, wenn ich dann mal gut hab, die Kontrolle nicht so perfekt ist oder ob es immer noch zum Beispiel, oder die Sound perfekt ist. Wenn es dann immer noch nicht gut ist, dann... Da. 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 Dann werde ich die... Dann werde ich die... Dann werde ich die... Dann werde ich die... Dann werde ich keinen Obstuch aufwarten. Scheiße. Scheiße, was machen wir jetzt? So. Wenn man aus dem Aufsicht auskommt, kriegen wir erst unsere erste wichtige Sache. Was eben echt gut war. Dann kann das Zombie-Geflatter weitergehen. Ich bin sehr schlecht. Oh. Ich bin sehr ehrlich. Oh ja. Da. 1-Gast-Modell ist dankbar, nutze ich ja in so guten Mühlen. Lieber eigentlich nicht mehr die Wappen, wo man nicht nachrollen kann. Immer einen Schuss und dann wieder das Feierarm. Noch mal eine Erlagerung. Aber dann kann man immer wieder die Oktar gestalten. Aber mit den Schuss sind. Wer Crank 1 gefunden, äh, geguckt hat, weiß, wozu datieren kann. Geht ihn nicht gut? Komm ich dazu nur? Hehehe. Selbst wenn man nicht gepunkt hat, kann ich nur... wärmst diesen Film. Er findet sich nur spannend. Der Film ist auch, äh, richtig lustig. Wie gesagt, auch mit der Film, äh, äh, des Art und Kunst bietet Adrenalin. Hm. Ich sag jetzt zwar nicht mehr dazu. Ich sage, ihr könnt euch die Vorstellung, das ich meine. Ah. Lade nach! Lade nach! So, jetzt sind wir in unserem ersten Sicherheitsraum. So, kommt rein mir jetzt. So, ich beenden jetzt meine erste Zeit. Aber bis gleich. So, da sind wir auch schon, oder? So, ich hab's ja gerade nur ein paar Sekunden gedauert. Für mich ein bisschen länger. Oh. Oh, das tut gut. Ein bisschen verarzt, ne? Aber, ich mein, eigentlich hab ich's nicht nötig. Ich hab mal so 90 gesungen sein, aber egal. Geht schon viel besser. 90 ab, muss sein. Egal. So. Let's go! Guckuck. Kuckuck. Wann? Das wird schon scheiße sein. Ich hätte es auch schon in meinem ersten Winkel gemacht, dass ich aber leider doch nicht wieder lösen musste, weil, wie gesagt, die Soundqualität einfach zu hoch war und die Qualität nicht mehr war. Ich werde, äh, Left 4 Death komplett durchziehen. Ähm, ja, aber auch alles nur im Computer, alles bei der Soundqualität einfach zu lange dauert. Ja. Schleifel-Diesel-Dichter. Oh! Wenn ihr aber irgendwelche Anregungen gemacht, schreibt sie mir... ...und was ich anders machen soll... ...und... ...oh, doch. Hier rein! Vielleicht mal auf einer anderen Schwierigkeitsphase gehen. Oh, was soll denn das denn? Ach, schwer, das sind gebraucht worden. Lade nach! Hier ist es aber hier. Granatwerfer! Granatwerfer! Danke, das wollte ich nicht sagen, aber... Lade nach! Ja. Hoffentlich kein Fehler dahin zu ziehen. Ich kann Ihnen das Spiel wärmstens empfehlen. Einfach nur... ...geil. ...und es macht einen höllischen Fang zu zocken. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ja! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Aber ich glaube, es kennen mittlerweile fast alle... ...dieses Spiel. In den ersten Teil hab ich nicht gezackt. Lade nach! Aber den werde ich mir irgendwann mal zulegen. Es wird dann ein Blind-Tilt. ...und dieses Spiel ist nicht Blind. Ich hab' schon alle, äh... ...alle, alle, äh... ...Cards durchgezackt. Lade nach! Aber ich suche auch schon der Person her, wo ich das letzte Mal äh... ...ääh... ...lade nach! gut so total meine ganze Objekt ist dicht oder angekotzt Das passiert wenn einen Neumann trückt Er sieht lustig aus, er läuft, oh Mist Nur die Wirkung wenn man getroffen wird zu sehen ist verheerend Schlimm, ey Dies mag eher gar nichts Lade nach Achtung Katana Dann hier, Katana und Lade nach Ich will keine Pankengang Lade nach Lade nach